Hallo, meine lieben Fußballfreunde und willkommen zu den Adventure Maps. Ich wurde nicht teleportiert, denn angeblich soll die Lava mich hier nach oben teleportieren. Hat sie nicht. Ich verstehe selbst nicht warum. Wir machen jedenfalls weiter. Bevor wir hier weiterspringen, ich kann ja hier so machen, damit wenigstens auch Hintergrundmusik kommt. Wie werden die Gruppen eingeteilt? Die 1. Liga soll nach den Plänen der UEFA aus 4 Gruppen mit je 8 Mannschaften bestehen. Aktuell sind es ja 8 Gruppen mit 4 Mannschaften. Also genau umgekehrt. Die besten 16 Teams treffen im Achtelfinale aufeinander. Die zwei schlechtesten jeder Gruppe steigen ab. Die Mindestanzahl an Spielen für jedes Team würde sich von 6 auf 14 erhöhen. Die beiden Finalisten würden am Ende 21 Spiele bestreiten. Der Schafr hat eine bedenkliche Entwicklung. Das Fernsehen dreht eine Übersättigung mit Fußball voran und erwartet das Produkt. Sogar Testspiele oder Partien aus der 4. Ligen werden übertragen. Bestätigt sieht er sich dadurch, dass 9 von 18 Bundesligisten rückläufige Zuschauerzahlen in ihrem Stadion hätten. Tat weiter, die Fußballisierung in Deutschland und Teilen Europas nimmt exorbitante Ausmaße an und stößt so an ihre Marktgrenzen. Etwas anders sieht der Sportökonom Kurscheid die Sache. Dass so viel Fußball im TV zu einer Übersättigung führen könnte, werde schon Beginn der TV-Übertragung befürchtet. Zitat Ja, und was bedeutet das für den sportlichen Wettbewerb? Kurz gesagt, Langeweile. Die Schere zwischen reichen und weniger reichen Klubs geht noch weiter auseinander. Die Einnahmen für Top-Klubs steigen. Die Nationalen Ligen würden entwertet. Zudem könnte der mit einem sicheren Startplatz für die Champions League ausgestattete FC Bayern in der Bundesliga mit einer Reservemannschaft antreten. Dass dem FC Bayern die Bundesliga egal ist, glaubt Kurscheid jedoch nicht. Wichtig sei für die Großklubs ihre nationale Identität. Zitat Wenn der FC Bayern sein Wohl in einer europäischen Superliga sehen würde, hätte er die Bundesliga längst verlassen. Naja, aber da muss man ja gerade einen wichtigen Punkt dabei ansprechen. Und das Ding ist halt einfach, dass wenn man diese Superliga irgendwie dann... Oh! Tschüss! Wow! LOL! Ich lande ganz genau hier. Äh, warte mal. Ich habe eben Spawn Point gemacht. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das funktioniert! Okay, das ist gut. Okay, aber endlich geht es weiter und das ist die Hauptsache. Okay, machen wir auch weiter. Ähm... Da muss ich hin. Ah, okay. Hallo? Hallo? Okay. Ähm... Das Ding ist doch einfach, wenn wirklich diese Superliga eingeführt wird... Dann, ähm... Finde ich, ist das auch sehr, sehr unattraktiv in Sachen Champions League und Europa League. Und gerade ein Satz sagt doch schon alles, dass man diese Superliga nicht einführen sollte. Denn die kleineren Clubs, das bekommt die eigentlich gar nichts. So, und, ähm... Nehmen wir doch einfach mal zum Beispiel Leicester City. Klar. Ähm... Englischer Verein. Ähm... Und, ähm... Die Engländer bekommen sowieso viel Geld. Überlegt aber auch schon mal, wer da weggegangen ist. Das werden wir auch mal kurz dazu sagen. So, und, ähm... Das Ding ist halt einfach, dass, ähm... Diese ganzen kleinen Vereine, wenn die in der Champions League mitspielen... Direkt wirklich jetzt vor Frankfurt wäre da mit drinne. Jetzt aber theoretisch. Frankfurt ist natürlich jetzt kein... Armer Verein, wie zum Beispiel Dynamo Dresden so im Vergleich natürlich dazu. Aber, ähm... Gehört nicht zur Elite Europas. Auch wenn man jetzt natürlich das... Europa League Finale erreicht hat. Oha, der letzte Sprung. Ähm... So, und das ist so dieser Punkt, wo ich mir einfach denke... Soll man diesen Gedanken einfach wegwerfen und vielleicht einfach nur an einer Erweiterung denken? Wenn man die Champions League und Europa League interessanter machen will. Soll man doch zum Beispiel in der Fünfjahreswertung... Ähm... Ja! Woo! Soll man doch einfach in der Fünfjahreswertung... Ähm... Änderungen vornehmen. Wie zum Beispiel... Ach, wow... Ah! Ah, warte mal... Vielleicht so? Hm. Ich muss hier irgendwie hier nach oben kommen. Ich komme jetzt aber hier nicht hoch. Ach, leider kein Unterschied. Hm. Aber da hoch komme ich glaube ich nicht, oder? Da! Ähm... Champions League und Europa League. Wie gesagt... Äh... Ich komme immer wieder vom Thema ab. Oh! Oho! Oh! Nein! Oh mein Gott. Das war echt einfach nur schlecht. Ähm... Wuhh! Wuhh! Ich bin echt konzentrieren. Ich hoffe, hier funktioniert es. Puh. Ich hasse, ich hasse dieses Sleimblickschnack. Dass ich den oben fest frei geschafft habe, wundert mich. Ähm, nee, aber wie gesagt, kleinere Clubs, egal welche Liga, die, ähm, haben halt dann nicht, wie die ja selbst sagen, dann so eine Chance. Wenn wirklich dann in der ersten Liga dann so gesehen, ein Barcelona, Bayern, Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, spielen, das sind die ganz großen Namen in Europa. So, und, ähm, die spielen unter sich und dann die kleinen unter sich. Ah! Ähm, das macht für mich dann so eine Superliga kaputt. Wenn man was, wie gesagt, überarbeiten will, am Konzept, soll man, und da habe ich ja schon eben angefangen und dann habe ich ja einfach aufgehört, über die UEFA Jahreswertungen, Jahres, oh mein Gott, da bin ich dann zu schnell gegangen, weil ich dachte, ich bin nicht drauf, äh, sprechen. Denn das Ding ist ja, in Deutschland die ersten vier qualifizieren sich ja für die Champions League, ähm, Platz fünf und sechs für die Europa League. Und in jeder Liga ist es immer ein Platz mehr, wenn im Finale von einem Pokal zwei Mannschaften spielen, die schon international spielen. So, und sollte es nicht so sein und einer aus der zweiten Liga steht dann da äh, und verliert dann trotzdem im Finale, ist dann ja trotzdem dann der siebte oder achte. Alter, was mache ich hier gerade? Ähm, ja dann trotzdem qualifiziert. Soll man das doch um einen Platz erweitern? Das heißt wirklich, dass es in den Top-Ligen acht Mannschaften sind oder fest sieben und, äh, es acht werden können, weil das macht doch dann die Liga echt erst interessanter. Nein! Oh! Mann, wie geht dieser Sprung? Timer habe ich gestellt, oder? Ich hoffe. Ja, Timer habe ich gestellt. Und die Folge ist auch schon fast vorbei. Trotzdem versuchen wir es dann nochmal kurz. Komm. Fuss klingelt. Ein Try noch. Jetzt gebe ich mir den letzten Try. So. Letzter Try. Ja. 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 Und geschafft. Leute, geschafft. Bam. Ich habe gesagt, letzter Try und dann geht's auch. Nächste Folge rede ich mal weiter über den Champions League und Europa League. Ich denke, das wird interessant und ich hoffe, dass ich dann auch nicht, ja, irgendwie so vom Thema abkomme. Multitasking-Fähigkeit. Nicht vergessen, ich bin ja nur alleine. Wenn man mit mehreren redet, ist es immer was anderes, weil dann kann man spielen und reden. Nicht vergessen. Ich hoffe aber, euch hat die Folge gefallen. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier zu den Adventure Maps und bis dahin an Pfiff ab Pfiff Tor. Schau Fußball, Freunde und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. und bis zum nächsten Mal.